hallo und herzlich willkommen liebe freunde zu einer weiteren kanalvorstellung heute der kanal 0 9 ja wir sind auf der übersichtsseite ihr seht schon richtig bunt hier haben wir schönes banner hier donkey gong mario klassiker da haben wir all 0 9 auf der alteren und ist ein kompliment ja sauber und hier haben wir im banner oder im avatar besser gesagt haben wir auch noch mal alle neuen stehen sehr schön hier drauf gehen wir gleich genau ein dann würde ich sagen immer die kanal info und dann schauen wir mal da haben wir 59 abonnenten 6781 aufrufe beitritt am 19.01 2014 beschreibung hallo ich habe zwar keine ahnung wie du so tief auf den youtube meeresboden gefallen bist aber das interessiert mich nicht also herzlich willkommen ich bin ungefähr anderthalb jahre letztes mehr und mache nintendo let's play 3ds aber ich möchte nicht nur bei let's play bleiben deshalb fände ich es gut wenn du einige videoideen zuteil falls zu fragen hast bitte per pn privatnachricht wer mit mir ein dual kommentary machen will bitte auch per pn schreiben ich schicke euch meine skype adresse oder wie auch immer das heißt wenn ihr meinen kanal gefällt kannst mich abonnieren und das ein oder andere video liken oder teilen equipment da haben wir dann hier das equipment von ihnen aus depone sehr sehr schön habe ich auch aber ich habe gerade das headset dran weil ich musste gerade mein depone habe eingestellt für die playstation alles aufgebaut und deswegen mache ich das gerade mal über headset es geht ja auch ab und zu aber ich versuche natürlich alles auf depone umzustellen ja ab und zu mal mit headset noch zumindest bei let's play und so werde ich kein headset mehr anrühren weil da wird es ja meistens eh länger und natürlich schon ganz anderes universum sag ich mal ja was haben wir denn noch so alle 9 meilensteine 50 abonnenten sehr cool 100 abonnenten steht noch aber ich schaffe es bestimmt auch beliebteste videos habe hier drin noch sehr schön und nintendo 3ds freundes code land österreich ist ja nicht so weit weg bei österreich kann man immer schön die spiele kaufen alle geil geil dann haben wir instagram der westlinger spitterios und google plus sehr schön dann gehen wir auf playlist und dann gucken wir mal was sind sie erwarten oh ja ich sehe schon sehr bunt sehr cool weitere laden bitte jo wenn dann haben wir alle rein da haben wir als level battle dann super mario bros dann super mario maker amiibo liga tomodachi oh das ist ganz alt das kenne ich sogar noch schocknews vom westling hier ist der halkogen amiibo liga splatoon amiibo champions letztdemo bin fast fertig welches ein jahre special gaming news alle wenn umfragen the legend of zelda let's dlc random talk über dieses und jenes mario kart 8 online mario kart sehr geile spiel passiert super luigi tomodachi mario kart nes remix spielanalysen new super mario bros best of olympische winterspiele warms battle island ja sauber sehr coole sachen dabei der bekannte ja die übelsten retro games hier kann ich gar nichts anderes zu sagen sauber hier sind schwarze bildschirme ich habe mal drauf geguckt da läuft dann wirklich nichts da ist schwarz ich glaube du hast auch genommen aber vielleicht den bildschirm nicht eingestellt oder ist es absichtlich so ich weiß es nicht nur noch mal darauf hinweisen dass da öfters mal was schwarz ist also irgendwie weiß nicht was das ist habe ich auch schon mal gehabt wenn ich das nicht umgestellt habe wahrscheinlich nicht eine absicht und man sieht da leider auf den videos nichts leider leider ja sieht doch sehr geil aus samt netz fnm hier richtig toll gefällt mir unheimlich gut und der undertaker mein lieblingsbessler haben gestern auch weil wir gerade hier von brock lesner reden gestern haben sie gekämpft gestern nach der letzte entscheidende kam der undertaker gegen brock lesner hell in a cell ich will jetzt nichts verraten aber wer es wissen möchte kann ich gerne anschreiben nicht verraten wer gewonnen hat oder man schaut selber im internet nice nice ja ich würde einfach sagen wir schauen uns das letzte aktuellste video an und das ist alt level battle das hier und halbfinale machen wir ich lasse gerade nur ein bisschen laden da haben wir sie mal 20 jaja was jetzt hier mit störungen johann kurz verbrechen hier ja mein internet direkt wieder achtung aber das passt schon mein internet rastet wieder aus hier so was haben wir denn hier in der beschreibung heute kommt die analyse hier steht da schon ordentlich was reingeschrieben frage der code schön dass du auf meinen kanal dringendal und ein nintendo let's player ich mag nur möchte das auch ausstrahlen wenn du mich magst kannst dieses video liken oder mich abonnieren eventuell sogar teilen aber ich mache hier ein zu abo geilen eindruck ich mache hier einen zu abo geilen eindruck wenn du mich gut findest dann werde ich mir diese kanäle sicher auch noch von legen hier wahrscheinlich drin finde ich sehr cool auf jeden fall gut liebe leute dann will ich sagen schauen wir mal rein bin gespannt was mich hier erwartet und mit der begrüßung anfangen möchte ich euch sagen dass ich gerade nicht in wien bin deshalb das user worte nicht auf dem neuesten stand habe schon einfach in den kommis da werde ich euch das user worte ergebnis reinschreiben wir sind beim ersten battle im alb angelangt und es ist auch gleich ein sehr gutes geworden auf der einen seite haben wir national gamer 11 und auf der anderen mich 1 beide hatten die vorgaben ein super mario world level zu bauen und zwar ein luftschiff mal schauen was dabei rausgekommen ist fangen wir mal mit dem glück an das ist ziemlich schnell zusammengefasst ngs level hat keine blind jumps und kein try and error deshalb drei punkte das gleiche kann man auch über michis level sagen bei seinem level braucht man genauso wenig glück deshalb vergebe ich hier an beide drei punkte wir sind jetzt bei der kreativität und in jiva ganz okay würde ich sagen einige lustige ideen wie der riesen bruder juni und die galumbas in dem clown ding ja sehr sehr schöne tonqualität kann ich gar nichts anderes zu sagen kennst dich auch anscheinend gut aus hier mit den games also finde ich echt cool dass du dich da so auskennt und ja es sind ja auch interessante videos da habe ich schon mal reingelinkert hier kann ich euch nur empfehlen liebe zuschauer schaut auf jeden fall mal rein hier wenn es euch gefällt lasst einen daumen oben da oder ein abo sogar ist auf jeden fall für jeden was dabei sehr interessant gemacht hier tolle bild qualität und natürlich einen tollen sound und ja man merkt ja auch dass er jünger ist oder so aber deswegen ist ja nicht schlimm ich finde das sogar echt cool und hätte ich das gewusst hätte ich wahrscheinlich auch schon mit einem jahr oder so grad auf der welt gekommen hätte ich sofort den computer in die hand immer mit gezockt ja leider ging das nicht immer so wie man sich das vorstellt ja aber solltet ihr unbedingt mal vorbeischauen hier vielleicht auch die kumpels hier wäre ja nicht schlecht ich sage mal dass ich das gegenseitig zu unterstützen ja jetzt gehen wir noch mal kurz über die übersicht hier haben wir alle videos direkt könnt ihr darauf zugreifen dann die beliebtesten videos hier 310 aufrufe vor einem jahr sehr cool 176 161 142 und der andere der muss auf jeden fall auf platz 1 hier bin mal gespannt wie lange er noch macht ist ja auch schon alt leider leider ist der beste wässer findet immer älter und älter und ich gucke mir so gerne mal die alten kämpfe von früher an aber leider trennt die zeit schneller als man sich das wünscht ja sonst was kann ich noch sagen gucken wir mal kanäle was haben wir hier so aha hier haben wir alles kanäle drinnen besser als in der schnitt sehr geil diskussion steht auch was oh ja hier ist richtig was los hier wird doch immer weil ich auch hier wird doch immer sehr geantwortet also wenn ihr fragen oder sonst was habt ihr seht schon hier wird sofort geantwortet kanal info haben wir schon ja wie gesagt ich packe den kanal den link in die beschreibung mit rein auch in der community kannst du auch gerne mit rein videos posten oder zum umkippen liebe leute schaut hier mal rein vielleicht gefällt es euch ja unterstützt den jungen und das ist auf jeden fall eine coole sache fällt mir mach weiter so auf jeden fall ich wünsche euch noch einen schönen tag und wir sehen uns bei der nächsten kanalverschneiden euer revano ciao ja